Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Star Wars The Old Republic. Ja, das ist ein neues Projekt und mal schauen wie weit wir hier kommen. Allerdings nicht alleine, der Anfang ist jetzt nur so, also dass ich nur Let's Playa. Und wenn wir in der Online-Welt angelangen, dann werden wir zu viert dieses schöne, schnieke Spiel Let's Playen und ja, auf Stream ab und zu mal schauen, was so abgeht. Und ich weiß hier gar nicht, was ich auswählen will. Das haben sie mir nicht gesagt. Aber ich nehme mal Roleplay und dann Europa auswählen. Oder was ist, wenn ich hier das Kreuzchen mache? Nö. Okay, dann wählen wir einfach mal das auf. Eieiei, ist das laut. Na ja, kommt noch. So, wir wollten die böse Seite auswählen. Das ist bestimmt wie böse. Dann bin ich mal still, ne? Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbanden uns in die dunkelsten Ecken. Sie dachten, sie wären uns für immer los. Aber jetzt. Endlich. Sind wir zurück. Die Jedi... Das war's für heute. Achtung! Die Wut macht uns stark. Unser Hass nährt uns. Bis die Republik in Trümmern liegt. Die Wut macht uns stark. Da geht jeder Cis-Cris-Cris. Welche wollten wir? Irgendeinen Cis wollten wir alle nehmen. Ich denke mal den hier. Wenn nicht, ist das Pech. So, weiter. Was haben wir denn hier? Wenn es so laut ist. Ich hoffe jetzt nicht. Aber... Cy-Bar. Ich nehme den Cyborg. So. Weiter. Ja, natürlich sind wir männlich. Oh Gott. Körperbau. Hm, wie machen wir das? So. Und nicht wundern für die... Also ich streame es auch noch zusätzlich. Darum werde ich auch ein bisschen so... Bis da. Antworten. Und so. Also hast du schon 15... Ne, habe ich noch nicht. Ja, das ist mein allererster Schar. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das heißt, ich bin noch ein übelster Nu. Oh komm, lassen wir hier. Na, muss ja nicht sein. Oder? Ei, 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 ei. Bäh. Na komm. Lassen wir die Namen. Tate. Ah, da kann man die übelst episch bereiten. Wo war das? Nein, ich will wieder das lilan Arme. Das sah witzig aus. Na komm. Kybernetik. Na komm. Na komm. Lassen wir das so. Haare. Boah, ich brauche hier so richtiger Gangster-Jugendge. Ja, so richtiger Gangster-Jugendge. Haarfarbe. Doch, gibt's. Naja. Aber es ist hier dunkel. Ähm. Name heißt natürlich Klimbo. Das ist mein Standardname. Ziemäuse für das Alter. Und dann habe ich gar keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Fuck. Machen wir noch 10 Minuten. So, spielen. Ungültige Name, enthält ungültige Zeichen. Aha. Ohne. Nochmal halt so. Dann halt so. Star Wars The Old Republic. Oder wir machen eine kürzere Folge erstmal. Erstmal so... Der Anfang und Charaktererstellung. Ja, würde ich sagen. Und wenn's denn in-game geht, heißt es, die nächste Folge bricht an. Natürlich jetzt für die YouTube-Zuschauer. Für die Stream-Zuschauer wird das alles jetzt gehen. Aber jetzt halte ich wieder meine Schnauze. Aber jetzt halte ich wieder meine Schnauze. Und dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle erstmal die erste Folge. Ihr habt es auch mitbekommen, also die jetzt auf YouTube zu schauen Ich habe jetzt da ein anderes Lied eingefügt, weil das GEMA geschützt ist Und also dieses Star Wars Lied kennt ihr ja alle, das Star Wars Intro, das ist GEMA geschützt, dieses Lied Und darum musste ich leider ein anderes einfügen, ich hoffe euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge richtig loslegen und mal schauen Was uns alles erwartet, also bis denn und dann bis zur nächsten Folge, ciao